Ja, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Die Heim-EM für die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Land ist leider im Viertelfinale zu Ende gegangen, denn auf so ein bisschen ungerechte Art und Weise verlor die deutsche Nationalmannschaft um Julian Nagelsmann in der Verlängerung knapp mit 1 zu 2 und scheiterte somit aus dem eigenen Wettbewerb aus. Normalerweise hätten die das gar nicht verdient gehabt, weil die richtig stark gekämpft haben und nicht aufgegeben haben, gingen in der zweiten Hälfte erst in Rückstand, ehe die dann kurz vor Schluss den Ausgleich machten und dann in der 119. schlugen die Spanier eiskalt zu wobei es in der 106. Minute eigentlich einen Handelfmeter für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hätten müssen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. So ist es leider jetzt dazu gekommen, dass die deutsche Nationalmannschaft weiterhin gegen Spanien in Pflichtspielen nicht gewinnen kann. Irgendwie ist da ein Fluch oder ich weiß nicht, was da los ist. Es ist auf jeden Fall schade. Das sind auf jeden Fall meine Predictions aus dem Viertelfinale. Ihr seht, Spanien gewinnt 2-1 nach Verlängerung. Dann haben wir Elfmeterschießen zwischen Portugal und Frankreich gehabt, wo sich am Ende Frankreich durchsetzte. Dann ein nächstes Elfmeterschießen zwischen England und Schweiz. Da setzt sich das Mutterland durch und dann die Niederlande warf die Türkei, der letzte verbliebene Anadok, aus dem Wettbewerb. Und somit haben wir nur noch 4 Top-Nationen im Wettbewerb vorhanden. Und zwar Spanien gegen Frankreich und die Niederlande gegen England. Und es stellt sich die Frage, wer zieht ins Finale von Berlin ein. Und da werde ich das Video jetzt gar nicht so lange halten, sondern sofort mit meiner Prediction loslegen. Und zwar das erste Halbfinale am Dienstag in München. Spanien gegen Frankreich. Man hätte sich gerne auf Deutschland gegen Frankreich eingestellt. Oder man hätte sich eigentlich eingestellt zu Spanien gegen Deutschland Elfmeterschießen. Aber Spanien schlug eiskalt zu. Da waren alle Chancen los. Naja, es ist schon bitter im Viertelfinale auszuscheiden. Wieder gegen Spanien. Wieder hat man es nicht geschafft. Das ist schon schade. Und Frankreich bislang mit noch keinem eigenen Tor aus dem Spiel heraus. Ein Elfmeter, zwei Eigentore 0 zu 0 gegen Portugal. Und dann haben wir Elfmeterschießen gewonnen. Wie machen die Franzosen das? Ich sag mal so, gegen Spanien wird diese Serie beendet sein. Nein, für mich ist ganz klar, weil hier tippt auch keiner für Frankreich. Aufgrund der aktuellen Leistung brauchen wir nicht drüber zu reden, wer hier Top-Favorit auf dieser Paarung ist. Diese Partie gab es zuletzt bei der Nations League, wo Frankreich gewann, glaube ich. Da will sich auf jeden Fall Spanien rächen. Und wir werden das auch diesmal tun. Jetzt ist die Frage, was tippe ich? Aufgrund der krassen Leistung von Spanien bisher, gehe ich aus, dass hier Spanien diese Partie in der regulären Spielzeit für sich entscheiden wird. Und hier gehe ich mit einem 2 zu 0. Fischt die Spanier mit. Nach 2012 wollen die ja wieder den EM-Titel holen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Auf jeden Fall ist hier mein Favorit Spanien. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite Niederlande und England. England war ja bei der letzten EM schon im Finale gewesen. Will jetzt das wiederholen und will dann auch endlich den EM-Titel holen. Bislang bleibt nur ein WM-Titel von vor fast 60 Jahren. Und ja, Niederlage hat gestern den Rückstand gegen die Türkei gedreht. Und dann noch mit 2 zu 1 am Ende diese Partie für sich entschieden. Hier tippen sogar 22 Prozent, dass Niederlande die Partie gewinnen wird. Ich sehe das allerdings anders. Ich sage, England wird diese Partie gewinnen. Und sage, es könnte meiner Meinung nach eine torreiche Partie werden. Meiner Meinung nach, also in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung kann das eine torreiche Partie werden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es vielleicht eher ein klares Ding für England werden kann. Also jetzt nicht glasklar, so wie 3-0 oder 4-0 oder was. Ich würde jetzt hier von einem 3 zu 1 für die Engländer ausgehen. Und somit wären das meine beiden Tipps für das Halbfinale. Gespielt am 9. und am 10. Juli. Das heißt, sprich Dienstag und Mittwoch unter der Woche. Die Spiele sind jeweils um 21 Uhr. Ich denke mal, ARD und ZDF werden sich da abgesprochen haben, wer welches Spiel dann übertragen wird. Und dann gucken wir, wer ins Finale von Berlin bei dieser Europameisterschaft 2024 in Deutschland eintreten wird. Es ist leider nicht Deutschland, also der EM-Titel im eigenen Land ist nicht mehr zu holen. Auch wenn viele Fans das unbedingt anders sehen und nochmal eine Wiederholung sehen wollen vom Spiel. Aber es wird nicht eintreffen. Das steht schon fest, auch wenn es da schon viele Spekulationen gab. Ich habe da irgendwas gelesen, dass heute irgendwie 240.000 Unterschriften oder so gesammelt worden sind, dass das Spiel ja quasi irregulär ist und nochmal wiederholt wird. Aber keine Chance. Es ist so, wie es ist. Deutschland ist raus. Leider. Das war schon echt ein herber Rückschlag für die deutsche Mannschaft. Das tut echt schon einem im Herzen weh, vor allem so eiskalt in der 119. Minute zuzuschlagen. Hat schon ein bisschen das Spiel vom WM-Halbfinale 2006 Deutschland in Italien, wo auch Italien zweimal spät zugeschlagen hat. Hier ist es genauso bitter. Naja, und mit diesen Ergebnissen verabschiede ich mich aus diesem Video schon. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder bei diesem Format, wo wir dann das Finale predikten werden. Und ich sage auf jeden Fall, England gegen Spanien wird das Finale von 2024 sein. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann. Also das wird dann Sonntagnachmittag, werden wir das Finale predikten. Wir werden nochmal vorher durch alle Ergebnisse nochmal ein bisschen durchswitchen. Und vorher am Freitag oder am Samstag gibt es nochmal zwei andere Videos bezüglich dieser Saison vor der EM. Also Bundesliga, DFB-Pokal, alles. Die finalen Spiele und die historische Saison von Leverkusen. Das werden wir entweder am Freitag oder am Samstag machen. Und dann am Sonntag, wie gesagt, nächste Woche die Prediction, wer dieses Turnier gewinnen wird. Und wenn diese Tipps so folgen, wie die jetzt hier eingeländet sind, dann kann man sich denken, für wen ich dann sein werde. Aber mal gucken. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Haut rein. Denkt dran, es geht weiter. Nicht jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, also jetzt nicht auf das Viertelfinal aus. Zurückblicken. Es ist zwar schade, aber es muss weitergehen. Vielleicht werden wir bei der WM26 zugeschlagen. Das wird auf jeden Fall das nächste Ziel sein. Haut rein. Ciao, ciao. Ich wünsche euch was.